Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Logik. So, dieses Mal sage ich mit Absicht nicht Aussagenlogik, sondern nur Logik, weil diesmal geht es weiter mit Prädikatenlogik. Und was ihr auf jeden Fall bisher können solltet, sind diese Zeichen hier, wenn ihr nicht genau wisst, was die sind, also hier war, falsch und, oder und nicht. Wenn ihr nicht genau wisst, was das alles zu bedeuten hat, dann schaut euch erstmal bitte meine anderen Videos dazu an. Darauf werden wir nämlich jetzt aufbauen. Und zwar geht es jetzt weiter mit Prädikatenlogik. Und in der Prädikatenlogik kriegen wir zuallererst mal, also ich zeige euch jetzt nach und nach, was wir alles dazu kriegen, aber zunächst einmal möchte ich euch die Quantoren vorstellen. Da gibt es zum einen den Allquantor und zum anderen den Existenzquantor. Und die sehen erstmal total bescheuert aus, wie ein umgedrehtes A bzw. ein umgedrehtes E. Ist auch so gedacht, Existenz E und Allquantor mit A. Was die bedeuten ist, ich kann jetzt damit Variablen beschreiben, für die, die programmieren können, sowas wie war x gleich true oder aber war x gleich false, zum Beispiel. So, was das jetzt hier bedeutet, ist folgendes. Wir können jetzt einfach sagen, okay, ich habe eine Variable, die kann sich innerhalb meiner Gleichung ändern, also wenn das hier meine Formel ist und ich schreibe eine Gleichung für alle x gilt x, also diese Aussage x hier, dann bedeutet das, für alle möglichen x und x ist dabei ein Wahrheitswert, also zum Beispiel x gleich 1 oder x gleich 0. Und es muss für alle x diese Aussage hier hinten dran gelten, also dieses kleine x muss gelten. Dann bedeutet das, egal ob ich für x 1 einsetze oder ob ich für x 0 einsetze, diese Aussage hier hinten ist immer wahr. Naja, das ist ja eigentlich eine Lüge, weil wenn ich eine 1 einsetze, gut, okay, dann ist sie wahr, aber wenn ich eine 0 für x einsetze, dann ist die Aussage hier hinten auch falsch. Und, ah, dieses f ist vielleicht jetzt ein bisschen, steht für Formel, nicht für false, also Achtung, 0 und 1 steht für true und false, nicht, dass hier Verwirrung aufkommt. Und ja, wenn ich jetzt hier hinten sage, okay, die kann eigentlich nur wahr sein, wenn x wahr ist, aber ich habe hier vorne ein Allquantor, dann ist die ganze Formel einfach immer falsch, denn es gibt eine, ja, und dann sind wir schon beim nächsten, es gibt ein x, sodass diese Formel hier, also diese hier hinten, falsch wird, also wird sie insgesamt wahr. Und damit habe ich eigentlich schon verraten, was hier als nächstes kommt, sagen wir G dazu. Es existiert ein x, sodass x, diese Formel ist auf jeden Fall immer wahr, denn x kann ja true oder false sein, wie wir hier oben geklärt haben. Und wenn x true ist, naja, dann wird die ganze Formel true, das heißt, wir haben ein x gefunden, sodass diese Formel wahr wird, was bedeutet, okay, sie ist, diese Formel hier ist immer wahr, weil wir haben ja eins gefunden, wir können ja belegen, dass wir eins gefunden haben, indem wir hier einfach eins einsetzen, wird die ganze Formel immer eins. Das heißt, die sind so ein bisschen entgegengesetzt, obwohl man es auf den ersten Blick gar nicht meint. Und ja, ich kann jetzt natürlich auch sagen, okay, ich habe sowas wie Variablen, also ich schreibe jetzt einfach mal wahr x davor. Wir wissen ja, wenn es eine Variable ist, können wir wahr oder falsch einsetzen, in jedem Fall. Also wir haben eine Variable x und wir haben aber Konstanten sozusagen. Ich schreibe jetzt const davor für Konstanten. Die bezeichnen wir als immer mit großen Buchstaben. Und daraus kann ich jetzt meine ganz normalen aussagenlogischen Formeln machen. Die meisten Leute machen hier drumherum dann so Klammern, damit es eindeutiger wird. Also sowas wie, Sekunde, jetzt muss ich nach meinen Zeichen wieder Unicode gucken. Ich habe die leider nicht im Kopf. Sowas hier. Und die nenne ich jetzt einfach mal y. Der Einfachheit halber, auch wenn es mit einem großen x was anderes wäre, wie das kleine x. Aber ich nenne sie jetzt einfach mal y, damit es ganz eindeutig ist. Ich kann dann hier zum Beispiel solche Formeln hier machen. Also zum Beispiel für alle x gilt x und y. naja, sagen wir mal, ich habe eine Interpretation gefunden. Interpretation i. Und die sagt mir jetzt, okay, y ist 1. Ja. Dann kann ich gucken, ist diese Interpretation ein Modell für diese Formel? Ihr wisst mittlerweile, was Interpretationen und Modelle sind. Und dann kann ich sagen, eindeutig nein. Denn ich kann ja für dieses x immer noch 0 einsetzen. Und 0 und y ist immer noch 0. Weil y ist ja zwar 1, aber 0 und y ist 0. Also habe ich hier wieder eine Variable gefunden, sodass diese Formel falsch ist. Also ist das hier auch kein Modell dafür. Das heißt, diese quantifizierten Variablen, die können einfach alles sein. Also die können alle möglichen Werte annehmen, in dem Fall nur wahr oder falsch. Ja. Und dadurch kriege ich dann so Sachen wie, okay, zum Beispiel, ähm, 1844, äh, genau. Wenn ich jetzt ein Oder einsetzen würde, dann ist diese Interpretation i durchaus ein Modell dafür. Weil, wenn ich jetzt, ähm, ihr kennt das noch, Wahl von i und f, das wertet aus zu, naja, für alle x, also kann ich hier, ähm, 0 einsetzen und ich kann 1 einsetzen, also habe ich hier einmal 0 oder 1, was aber 1 ist und ich habe das zweite Mal 1 oder 1, weil ich kann ja auch für x 1 einsetzen, also kriege ich hier auch 1 raus. Das heißt, das ist immer 1, wenn ich hier diese Interpretation habe. Das heißt, äh, i ist ein Modell für diese Formel. Das kennen wir aus dem letzten Video. Macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher, darüber zu reden. Und ja, das hier unten ist immer, äh, immer, äh, genau, äh, nicht falsch, sondern wahr, weil x kann ja einen Wert einfach annehmen. Das bedeutet, ich darf mir hier aussuchen, ob ich jetzt x auf 1 oder auf 0 setze, je nachdem, was meine Formel wahr macht. Und in dem Fall ist es ganz easy, okay, x auf 1 setzen und wir haben was und wenn ich jetzt hier x oder y mache, dann ist das sowieso immer wahr. Also, ja, gut, ähm, wie verhalten sich denn unsere, unsere Formeln oder unsere Quantoren, wenn wir sie irgendwie, äh, negieren wollen. Das können wir uns auch anschauen. Ich lasse das hier gerade trotzdem mal stehen. Und zwar sagen wir jetzt einfach mal, wir wollen diese Formel hier negieren. Naja, sagen wir h dazu. Ähm, dieses Dings kopiere ich mal. Not. Und dann die Formel f. Einfach rein kopieren. g ist jetzt gerade mal, äh, nicht so wichtig. Und wenn ich jetzt hier sage, okay, einfach mal logisch ausgesprochen, entweder ist x wahr oder y und es muss für alle x gelten und das Ganze darf nicht gelten. Jetzt überlegen wir uns mal, wie das aussieht. Also haben wir dann sozusagen sowas wie, hm, ich glaube es ist leichter, wenn ich hier einfach statt diesem Dings eine Formel f reinschreibe, eine allgemeine Formel. Das bedeutet, wir haben, ähm, hier stehen, für alle x gilt diese Formel f nicht, weil ich habe ja hier ein Not vorne dran. Das bedeutet so viel, wie wenn man es rein logisch ausspricht, ähm, es gibt kein x, so dass diese Formel hier drin gilt. Das ist ja genau das, was hier im Prinzip drin steht. Also, es gibt kein x, also für alle x gilt nicht, ähm, dass diese Formel hier drin gilt. So, und jetzt ist es genau dasselbe, wie ich sag, äh, wie wenn ich sag, es gibt ein x, ähm, Moment, jetzt brauche ich wieder mein Zeichen, wo ist es denn hin? Da, ähm, es gibt ein x, so dass die Formel in drin nicht gilt. Also existiert x, ähm, not f. Gut, also die beiden sind völlig gleich, da brauche ich eigentlich auch kein h vorne dran schreiben. So, äh, Beispiel davon ist zum Beispiel, äh, Beispiel davon ist zum Beispiel, ja genau, ähm, sagen wir f hat folgendes, f bedeutet, wobei f nimmt dann ein x, und, ähm, f bedeutet so viel wie, diese Programmier-, oder was heißt diese, ähm, Programmiersprache x braucht ein Semikolon am Ende jeder, ups, jedes Befehls. sowas, sowas wäre zum Beispiel x, und x ist dann eine Programmiersprache. Naja, dann wissen wir ja, dass es nicht so ist, und deswegen sagen wir, ähm, diese Aussage hier, nicht alle Programmiersprachen brauchen am Ende eines Befehls ein Semikolon, das wäre das hier, nicht alle brauchen dieses Semikolon am Ende, ähm, und dann haben wir hier das genau gleiche, dieselbe Aussage, die logisch äquivalente Aussage, es gibt eine Programmiersprache, die kein Semikolon am Ende braucht, okay, also zum Beispiel Python, braucht kein Semikolon am Ende, oder tausend andere Haskell, was weiß ich, ähm, ja, also sozusagen eine logische Negation hier, andersrum gesehen, ähm, kann ich auch sagen, okay, ich möchte jetzt folgendes negieren, dazu lösche ich jetzt einfach mal das g raus, das brauchen wir eh nicht mehr, ähm, und zwar möchte ich jetzt hier nicht den Allquantor, sondern den Existenzquantor negieren, ähm, so, also, ähm, zum Beispiel, nicht am Ende, sondern vor jedem Befehl, ähm, es gibt keine Programmiersprache, also das hier wäre die Aussage, dieses not existiert x in f, wäre die Aussage, es gibt keine Programmiersprache, die ein Semikolon vor jedem Befehl braucht, und das ist ja dasselbe, wie wenn ich sagen würde, okay, ähm, für alle Programmiersprachen x, äh, gilt, dass sie kein Semikolon vor jedem Befehl brauchen, also not f, zum Beispiel, ja, und so kann ich ein Existenzquantor und ein Allquantor negieren, also ich hoffe, das Beispiel war eindrücklich, dass es einigermaßen gepasst hat, und ihr es verstanden habt, ähm, wenn man sich das einfach so logisch vor sich hin sagt, dann weiß man auch ungefähr, was da so abgeht, genau, und dann einfach ein Beispiel überlegen, und schon funktioniert das Ganze, ähm, was ich natürlich auch machen kann, ich kann die Dinge kombinieren, also kann ich sagen, ähm, und das hat jetzt wieder nichts mit diesem f zu tun, das hat einfach was anderes, ähm, genau, ich kann sagen, äh, für alle x, für alle x, äh, existiert ein y, ähm, existiert ein y, so dass x plus y gleich x ist, und da wissen wir, okay, ja, dieses y gibt es durchaus, nämlich zum Beispiel, hab ich die 0, x plus die 0, gibt wahrscheinlich wieder das x, zumindest in den meisten Fällen, wenn nicht sogar in allen, und wenn es in allen Fällen gilt, dann haben wir hier eine wahre Aussage, okay, nur so als Beispiel, ähm, das kann ich hier natürlich auch mit logischen Zeichen, und so weiter machen, aber manchmal brauche ich solche komischen Sachen, wie dieses f von x hier, oder dieses plus, und das sind dann sogenannte Funktionen, oder Prädikatensymbole, je nachdem, was wir benutzen wollen, und, ähm, die zeige ich euch dann beim nächsten Mal, ich hoffe es hat euch wieder gefallen, und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao, ciao,